Ja, gut, hab's verstanden. Ich upload kaum. Jedenfalls, ja, jetzt habt ihr's. Moin. Sales. Verdammt. Uh. Good boy. Good boy. Okay. No, never. No. 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 Oh nein. No. 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 Tja, wie ich dachte Ich glaube, wir können Wir wissen alle, wie es ausgehen wird Oder? What? Okay, das war ein verdammter Das waren Close Calls Gut, war da irgendeine Waffe? Starb der Erde Kommt sich da hässlich aus in diesem Ich versuche einfach nochmal Und? Uh Und Pixar? Ja! Sonnstein Where is your God now, baby? God Und den Lizard Altar schon mal für mich Alles klar Warte, ich habe das auch gefunden Entschuldigung Ich habe das auch gefunden Alter, lass mich mal ausreden Kurz wieder raus Und wieder rein War die andere Sonde irgendwo? Ja! Scanne mich! Scanne mich! Marziana, fall nein! Das war die schlimmste Idee meines Lebens Oh Gott Das war die schlimmste Idee Das war eine dumme Idee, was? Oh, und der Schneider ist tot. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, oder? Hier ist mich fast an der gleichen Stelle gestorben wie vorhin. Fuck. Warum sah ich so komisch aus? Gut, wir müssen gleich auch Käferpanzer machen. Stimmt ja richtig, meine NPCs sind tot. Ich muss noch darüber schlafen, wie ich gerade eben gefühlt miss... Gefühlt... Massen... Vernichtung. Ja, nochmal ein paar... Junge... Bitte um diese Zeit eine Party, nachdem dieser Mann gerade eben... Gefühlt hier... Übelsten... Hölle. Dynamite Kitten. Dynamite Kitten. Dynamite Kitten. Not for use in cannons. Oh mein Gott. Immerhin eine gute Sache. Katzen. Feier. Oh, Baby. Keine Ahnung, was daran zu feiern soll. Aber hey, Raketen! Oh! Ich glaube, das ist die einzige gute Fankampf, schade. Buff... 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 Ich brauche aber erst nur bessere Raketen. Keine Ahnung, es ist zu schick. Aber gut, es ist Tag, können jetzt mal die... NPCs wiederkommen. Wusste gar nicht, dass sie das nie verkauft hat. Das ist ja... Kriegt man anders. Bum, bä, 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 bä. Bum, bä, 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 bä. Ja, okay. Nö... Ich glaube, es hab besser Dich nicht zu bemerken. Buh Perché? na na na... na na na.... Das sie zwar nice aber Problem ist halt.... natürlich hier und uns arme und da ich im hartmut bin wird es noch schlimmer bin halt kein fan davon gut wie geht es mein lieblings nervensegen der bunny ist ja das geht ja aber ich will die in cyborg ich will mehr rakete ich hätte mir das ganze zeug auch mal hier weg wo ich irgendwas davon noch blumen peng verwenden können wir in der hölle geleben cyborg irgendwie nein aber egal sagen wir einfach so das ist der rest von der episode wird lustig das wieder am ende zu schneiden damit ich mir zu sehen kann wie oft ich hier gestorben bin aber hey immerhin habe ich hier eine echt leiste waffe bekommen wahrscheinlich ist sie dann auch ziemlich mies aber hey und naja jedenfalls das ist vertreten danke dass euch das angesehen habt oder so like subscribe oder whatever und tschüss